Männer töten Frauen. In den Medien steht dann aber häufig Beziehungsdrama oder Eifersuchtstat. Das ist leider symptomatisch und ändert sich nicht. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn und ich erzähle Ihnen heute etwas darüber, wie Medien über Femizide berichten. In der Kronenzeitung erschien Mitte Februar ein Artikel. Er war feinfühlig, lautete der Titel. In der Geschichte darunter ging es dann um einen jungen Mann, der mutmaßlich seine Freundin tötete. Nur die Angehörigen und der Anwalt des Tatverdächtigen kamen darin zu Wort, die des Opfers nicht. Außerdem zeigte die Kronenzeitung ein Bild der Getöteten. Sie ist darauf, im Minirock zu sehen. All das sind Muster, wie österreichische Medien und vor allem der Boulevard immer wieder über Femizide berichten. 2019 untersuchte das Medienanalyseunternehmen Media Affairs ein Jahr lang, wie Medienberichte über Femizide aussehen. Ihre Ergebnisse, vor allem der Boulevard wie Kronenzeitung oder Österreich, berichten viel häufiger über einen Femizid als etwas Standard oder die Presse. Was nicht bedeutet, dass Standard oder Presse Femizide auslassen. Es ist vielmehr so, dass der Boulevard über ein und denselben Fall in mehreren Artikeln berichtet. Da wird dann eben noch der Lehrer und der Nachbar des Tatverdächtigen befragt. Zudem zeichnet der Boulevard gerne ein besonders brutales Bild des Tatverdächtigen, während er auf der anderen Seite versucht, die Tat möglicherweise irgendwie zu erklären. Dann stehen da eben so Sachen wie, er war rasend vor Eifersucht oder sie wollte ihm kein Geld borgen. Beides suggeriert bei den LeserInnen, dass das Opfer möglicherweise eine Mitschuld trägt. Ein weiteres Muster ist auch, dass das Opfer sexualisiert dargestellt wird oder überhaupt Bilder verwendet werden, für die die Zustimmung der Angehörigen fehlt. In rund einem Viertel der Artikel wird die Tat selbst nicht eindeutig genannt, sondern eben von Ehedrama gesprochen. Warum der Presserat den angesprochenen Krone-Artikel trotzdem nicht verurteilte, das lesen Sie im aktuellen Falter.